Nein, es ist nicht normal auf dem Weg zum Büro morgens nach zwei, drei Etagen Treppen gehen, völlig außer Puste zu sein und Schweißpallen auf der Stirn zu haben. Und spätestens wenn das bei dir der Fall ist, würde ich Abnehmen zur Priorität machen. Denn es gibt nichts, was dir mehr Lebensqualität bringt, als gesund und leistungsfähig zu sein. Und davon profitierst nicht nur du, sondern deine ganze Familie.